Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin heute mal wieder am Offlummersee. Wer kennt es nicht? Hier habe ich das Video mit meiner Airtrack gedreht, wo ich meine Airtrack auf den See getan habe. Und es ist komplett wie reingegangen. Ich glaube, das Video hat schon eine halbe Million Aufrufe. Richtig krank. Heute gibt es einen entspannten Tag. Mal wieder mit meiner Airtrack. Ich sehe es auf jeden Fall an meinem Titel und an meinem Fubnake. Hallo? Die war sauer am Start. So, hier ist das Monster wieder am Start. Ratet mal, wer es tragen muss. Ich glaube, ich lasse euch da mal alleine. Tschüss. Okay, nein, Spaß. Okay, Leute, wir haben gar keinen Plan, wie wir die Airtrack hier jetzt ausrollen und wie wir die aufpumpen. Hier sind überall ein paar Plätze und hier müssen Autos rauskommen. Also, gar keine Ahnung. Aber wir werden gleich, wenn die Airtrack aufgepumpt ist, werden wir die auf das Auto drauflegen und dann wegschieben und dann... Let's go. Ach ja. Okay, Leute, die Airtrack ist aufgepumpt und ja, wir blockieren, wie gesagt, gefühlt den ganzen Parkplatz. Wie wollen wir das jetzt nach da hinten transportieren? Wie willst du das machen? Hilfst du uns? Ich glaube, ich hole gleich mal meine Brüder und meinen Onkel. Endlich. Was machst du damit jetzt? Was machst du damit jetzt? Wir turnen jetzt drauf. Wir werden so hart angestarrt von den ganzen Leuten. Ich finde das schick. Ich finde das gut. Wo habt ihr das her? Also, meine Idee ist, wenn ich meine Idee jetzt mal präsentieren darf, man macht Seifenlauge obendrauf. Ja, ja, ja. Mega geil. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Es wird auf jeden Fall ein nicer Tag. Auf ganz entspannt, ein bisschen Touren. Ihr habt euch das ja immer gewünscht, dass ich mehr Tourenvideos machen soll. Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt mache ich hier den saubersten Backflip, den ich je gemacht habe, weil es hier jetzt viel einfacher ist, wegen dieser steilen, keine Ahnung was. Okay, und los. Oh, der war mega. Mega, mega, mega. Okay, jetzt bist du dran. Okay. Nein, du warst gar nicht so hoch. Diba macht jetzt eine Radwende rückwärtshalte und das ist halt hier übel schwer, weil es hier ja mega steil ist, wenn hier mega da hinten fliegt. Oha, mega, mega hoch. Ich mache jetzt einen Trick, den ich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe mir eine Challenge ausgedacht und zwar, hier liegt gerade so ein wunderschöner Stock. Diba, hast du Lust da so einen Frontflip drüber zu machen? Und dann mache ich so immer höher. Was? Ihr wollt mich umbringen. Ich probiere es dann auch mal, okay? Erstmal so. Diba, schau ich aus dem Stand. Go. Okay, okay, okay. Ja, ja, den. Zählt. Go. Ja, okay, nice, nice. Okay, jetzt geht es immer höher. Alter. Boah. Okay, okay, ich glaube, jetzt wirst du es nicht mehr schaffen. Jetzt ist es zu hoch, glaube ich. Go. Ja, Challenge geschafft. Jetzt geht es. Zum ganz gefährlichen Teil, let's go. Springen wir mich drüber. Gar nicht mehr vor Angst, ob wir das schon voll aufgemacht haben, okay. Oh my God. Oh. Alter. Oh my God, ich hatte gerade so Angst. Alter, what the fuck. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich würde sagen, jetzt probiere ich es mal. Ich habe nur darauf gewartet. Ja, los hier, aber nicht so hoch, ja? Prost. Oh, oh. Ich dachte ich berühre nochmal, nochmal, nochmal. Los! Nein! Ich hab's wieder berührt. Und? Nein! Das ist extra. Er macht das extra. Er macht das extra. Ja! Boah! Alter! Boah! Ich wusste das nicht! Ich wusste es! Boah! Boah! Ja, den nehm ich! Ah! Ich kann das nicht vor mich! Ah! Boah! Hahaha! Ist das überhaupt schön? Ich glaub das war erst hier. Okay, und... Ah! Ich hab Angst! Ready? Ja! Hahaha! Nein! Boah! So, hier möchte jemand Talent beweisen. Let's go! Woo! Applaudieren! So Leute, wir kommen schon langsam zum Ende. Es zieht ein Gewitter. Oh, es sieht ehrlich nicht so gut aus. Wir hauen jetzt gleich ab. Also es war auf jeden Fall ein sehr entspannter Tag mit der Airtrack am See. Sieht so nice aus. Lasst gerne ein Abo da und ein Like da, wenn ihr mehr Videos mit meiner Airtrack haben wollt. Also es macht übeles Bock mit der Airtrack mehr Videos zu machen. Ich feiere jetzt auch übel und ich hoffe euch hat den Montage gefallen. Ich würde sagen Leute, wir sehen uns morgen wieder und... Tschüss! 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 Kriegst du einen Toast? Oh Mann, ist es schön, wenn man nichts machen muss. Warte, ich gehe da los. Warte, warte, warte! Tima! Einmal hat mal Hilfe! Tima! Endlich! Das haben wir jetzt immer nur zu dritt gemacht. Woolle! Warte, warte! Oh! Oh! Woo! Oh! 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 Oh, oh! 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 Bis zum nächsten Mal.